Der ist hier oben, vor mir, oben, über mir, bei Blau. Hab ihn getötet. Noch einer, nur noch einer, ja. Rechts von uns war ich auch, oder du bist was? Ihr sitzt hier in der Ecke. Bei mir einer, Serena? Ja, ich muss da Platt reinmachen. Büro und rechts von der Ecke und dann. Hier ist schon, hab schon wieder. Nein, Büro sind sogar zwei. Büro sind sogar zwei. Ich hab den Team gegengekillt, der dich gekillt hat. Geht oben im Büro? Nee. Ach so, warte. Ich dachte, der daneben. Der hat wohl auch auf mich geschossen, aber... Okay, der ist krank. Der Galaxa, der ist unnormal gut, oder so. Ey, die oben drin, ne? Waren die das? Ich glaub, irgendwie der... Echt? Er könnte auf jeden Fall Wallag haben. Er wusste einfach genau, wie ich bin. Einfach, ich hab den Boden zu laden. Ja, das waren die hier. Hat der Mr. Forster den gehabt? Hm. Weiß nicht, kann sein. Hm. Wild. Don't know. Don't knows. Tschüss. Ja. Er war richtig schlecht. Also, das... Da versteh ich euch ja nicht. Es gibt ja so richtig schlechte Angeziger, gegen die wir eben gestorben sind. Das ist wirklich so widersprüchlich. Der Typ war so schlecht. Er ist einfach auf mich zugerannt und ich stand hinterm Auto. Er hat nicht mehr so richtig da zurückgeschossen. Er stand dann da einfach nur so. Das macht gar keinen Sinn, dass wir... Das ist so unterschiedlich. Oh. Aber wir sind in der Luft, oder? Wir müssen ja in der Luft sein. Da ist einer. Er ist über mir. Er schiebt. Oh mein Gott, der ist gut. Einer bleibt doch von rechts, hast du es gesehen. Einer ist hier über mir. Und der andere? Einer ist hier bei mir. Unten, unten. Der ist unten drin. An den Türen. Oder? Ist hier an den Türen irgendwo, muss er sein. So hier bei mir. Der ist unter uns. Ist der das? Nein. Der ist hier oben lang gefahren. Ich bin so verwirrt, ich verstehe gerade nicht was abgeht. Hä? Ich habe keine Ahnung was. Ich habe das jetzt geholt. Nein, nein. Ja, ich weiß nicht wo der andere ist. Ich habe keine Ahnung. Okay. Cool. 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 Ohne Überfahrer. Ich bin tot. Haben die nicht gesehen, oder was? Ja, die haben eine UAV, Mann. Ich bin direkt über den. Er hat doch nicht, hat mich auch nicht gesehen. Er ist zum Shop gelaufen. Das dachte irgendwie, dass er mich... Hier ist eine Plattenbox, was du mitnehmen willst. Wollt er wirklich hin? Ne, ich will ihn nicht. Frisch. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin tot. Oder außer ich kille ihn jetzt. Ich versuche ihn ein bisschen abzulenken. Ich ziehe seinen Kopf wieder nicht. Es bleibt noch irgendwo einer hinter mir. Ich sehe ihn halt nicht mehr. Ich kann nichts machen. Ich habe ihn geschiebt. Endlich mal. Ich habe ihn noch mal getroffen. Ich habe ihn getroffen und geschiebt. Wieso ist er nicht tot? Hä? Das ist die question. Ich habe ihn getroffen und so. Oh mein Gott. Hier war auch irgendwo einer. Hier oder so. Ja, das Spiel ist aber so wirklich so ein Dreck. Also hochziehen wird jetzt sehr, sehr schwer. Kann man sich da hinten hochziehen? Hier vorne, dachte ich. Kann man sich doch hochziehen? Doch, geht nur hier rechts. Doch, doch, natürlich. Hier geht es auch, okay. Ich konnte nur nicht mich hochziehen, weil der Typ ja gesnipe hat im Preis. Hier. Hab ihn einfach. Sorry, sorry. Das war glaube ich noch mehr. Ne, Achtung. So. Oh nein, 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 nein. Ja, na, shit. Wo war der? Ganz unten? Ja unten. Wir sind hinten angeschossen, wenn wir nicht der Tragenfuß waren. Ich weiß hier das jetzt auch. Der andere pusht mich jetzt hier. Ah, ah, Junge, Junge. Ah. Ah, hier ist einfach eine Küche. Das habe ich noch nie gesehen mit einer Mikrowelle. Und so einem Wasserkocher. Schön, schön. Hier könnte man einfach wohnen. Das ist ein Kiosk. Warum? Also, das ist voll weird, dass da so eine offene Küche ist. Und die Leute so sitzen und essen. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und hier sind einfach so Metalldinger. Hier ist einfach eine Mikrowelle auf dem Ding. Was ist das denn hier? Wer hat denn? Also. Bei Bildschirmen hier? Er ist auch gleichzeitig Büro, Küche und Mensa. Einfach der Raum. Der ist ausgeschickt, oder? Rechts. Hab ihn noch. Finisch. Wo haben wir ein teammate? Siehst du das? Siehst du so ein teammate lange? Oh, der hat mich beleidigt. Wir werden von links aus wegen angeschossen. Äh, nicht angeschossen. Du musst den Call auf die Runde. Rechtsrum. Hier ist einer. Einer ist down. Oh, nice. Hab ihn. Find ich. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Oben drauf, oder was? Ja, das ist ja unten. Hat paar Hits. Ja. Was machen wir? Rechts. Da ist einer runtergesprungen. Den Turm runtergesprungen. Da kommt hier. Wo denn? Wo denn? Da ist noch irgendwo einer. Ja, da oben. Also direkt. Also unter uns. Das ist ein bisschen aufpassen. Da über uns soll ich noch welche kommen, ne? Zwei Leben noch. Einer ist hier vor uns. Oh Gott. Der ist hier oben vor mir. Über mir. Bei blau. Hab ihn getötet. Noch einer. Nur noch einer. Oh mein Gott. Oh. Easy. Easy Teamwork. Endlich mal wieder. Oh. Yippie. Bestes Spiel der Wind. Ja. Safe kommst du jetzt zum Win, Levi. Für dich, Levi. Ah, 10 und 10. Oh. Ich hab einfach 3.500 Schaden. Ja, meine ich ja gerade. Du hast 700 Schaden mehr und wir haben beide 10. Ah. Aber schön. Wir haben... Ja. Ja. Ja.